Hallo meine Freunde zu einem neuen Let's Play Und ja, ich habe heute auch noch einen Freund dabei Und zwar, er heißt Olive So, ihr hört ihn jetzt? Ja? Ihr hört ihn jetzt? So, und wir fahren jetzt zu den Bergen Oder besser gesagt zu der Wüste Okay, komm Komm, wir springen einfach raus Wir springen raus Gut, warte, wir gehen noch ein bisschen nach oben So meine Freunde, wir fliegen jetzt noch ein bisschen nach oben So, jetzt 1, 2 1, 2, 3 und los Komm, wir springen Wumm Entschuldigung Ich fliege auch zu BAM, habt ihr den gesehen? So, wir sind Scheiße, ich habe Sterne Ich habe Ich habe Waffen Ego-Perspektive Ey, wo bist du? Okay, komm, ich fliege zu dir Ja, okay Wir sind jetzt gerade immer noch hier Und ich hatte vorher Ah, ich bin zu to- Ich bin zu weit unten Scheiße Ich bin heruntergefallen Okay, okay Wir sind auch nicht gerade so weit entfernt Und wegen dem komme ich jetzt zu Fuß Warum habe ich Sterne? Okay, ich komme zu dir Ich komme zu dir Ja Okay So meine Freunde Das war es eigentlich schon Und ja So, jetzt Das bedeutet jetzt Gleich kommt noch ein Let's Play Und zwar noch einmal von GTA 5 Und Okay, tschüss Wir sehen uns nachher Tschüss Und tschau